365 Tage mit der Angel und dem Van durch Europa. Wir haben mittlerweile fünf Monate unserer Vanreise absolviert und haben den größten Teil davon in Skandinavien verbracht. Wir starteten in Dänemark und haben uns hauptsächlich auf die Salzwasserangelei und den Zielfisch Meervorale fokussiert. Wir hatten traumhafte Stellplätze direkt am Strand und sind anschließend direkt nach Schweden übergesetzt. In Schweden haben wir gleich mehrfach das Raubfisch-Trio gefangen aus Barsch, Hecht und Zander und hatten absolute Traumtage. Aber auch das Forellenangeln und Salmonidenangeln allgemein kam nicht zu kurz. Wir haben tolle Bachforellen gefangen, haben es an wilden Flüssen auf Lachse versucht, bevor es nach Norwegen ging. Norwegen, der Traum eines jeden Anlass. Brutale Stellplätze, große Fische, Heilbutt, Dorsch, Seelachs und noch viel, viel mehr. Wir sind absolut geflasht. Mittlerweile sind wir in Spanien und nehmen euch natürlich weiterhin mit auf unsere Reise. Seid gespannt und folgt, um nichts zu verpassen.